Wenn wir über das Thema Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit reden, habe ich immer das Gefühl, dass wir alle denken, wir müssen etwas so Großes machen und so viel in unserem Leben ändern, unser ganzes Leben 180 Grad drehen, was halt gar nicht stimmt. Also wir können alle ein bisschen machen und kleine Dinge in unserem Leben ändern, um im Endeffekt einen großen Beitrag zu leisten. Und einige dieser kleinen Wege möchte ich dir heute mal in diesem Video vorstellen. Viel Spaß bei dem Video. Die erste Sache ist, Ecosia als deine Suchmaschine zu benutzen. Das ist nämlich eine ganz normale Suchmaschine und sie pflanzt für 45 Suchen auf deinem Handy einen Baum. Das heißt, wenn du 45 Mal etwas hier gesucht hast, wird ein Baum gepflanzt. Und ich finde das eine sehr gute Alternative zu anderen Suchmaschinen, da du da eigentlich das Gleiche machen kannst und damit etwas Gutes für die Umwelt tust. Die zweite Sache ist, keine oder nur ganz wenig Fast Fashion zu kaufen. Ich glaube, wir wissen mittlerweile alle, dass Fast Fashion nicht gerade die nachhaltigste Variante ist, wenn es um Klamotten und Kleidung geht. Es gibt dann zum Glück einige Varianten, zum Beispiel Second Hand zu kaufen. Und die Sachen, die du jetzt hier gerade siehst, sind tatsächlich alle Second Hand und ich habe die alle tatsächlich wirklich Second Hand erworben. Ansonsten kann man auch bei verproduzierten und nachhaltigen Firmen shoppen. Das geht natürlich auch. Der nächste Punkt ist aber, versuchen generell weniger zu kaufen. Also nicht irgendwie jede Woche neue Dinge zu shoppen, denn das brauchen wir alle nicht. Und das ist auch auf jeden Fall nicht nachhaltig. Ich will gar nicht irgendwie sagen, kauf gar nichts mehr oder geh nur alle drei Jahre shoppen oder so. Das will ich gar nicht sagen. Aber ich möchte eher damit aussagen, versuche mal, deinen Konsum zu überdenken und darüber zu reflektieren und achtsamer zu konsumieren. Ich glaube, das ist so die Sache, achtsamer konsumieren. Und naja, dieser achtsame Konsum hat ja nicht nur Vorteile für die Umwelt, sondern auch für ganz viele andere Aspekte. Und falls du wissen möchtest, warum ich seit letztem Jahr anfange, minimalistischer zu denken, zu konsumieren, zu leben, kann ich dir sehr gerne mal dieses Video angucken, denn ich habe da mal die ganzen Vorteile von Minimalismus aufgezählt und euch erzählt. Der nächste kleine Schritt zu einem nachhaltigeren Leben ist, weniger zu waschen, beziehungsweise dann eher zu warten, bis eine Waschmaschine wirklich voll ist und sie dann anzumachen. Aber weniger zu waschen könnt ihr euch auch Dinge mehrmals anziehen. Natürlich jetzt nicht zu oft, also sie wollen nur noch hygienisch bleiben, aber nicht irgendwie einen Pulli nach einmal tragen, ich würde mal sagen, wegschmeißen. Nein, das schon gar nicht, aber eine Sache nach einmal eine Stunde tragen oder so, direkt in die Wäsche schmeißen. Ausfällig, es gibt einen Grund, wenn es irgendwie dreckig ist oder so, dann kann ich es nicht verstehen. Aber ich glaube, ihr versteht meinen Punkt. Hoffentlich. Das gleiche gilt übrigens auch für die Spülmaschine. Also auch zu warten, bis alles voll ist und sie dann anzumachen und nicht irgendwie die Spülmaschine nur für drei Teller und ein Messer anzumachen. Das wäre nämlich ein sehr hoher Wasserverbrauch und eine sehr große Wasserverschwendung. Der nächste Punkt ist, eine wiederverwendbare Flasche zu benutzen. Das hier ist jetzt diese mega, mega gehypte Flasche, die irgendwie auf TikTok bekannt geworden ist. Die ist ja nicht für mich, das ist meine Schwester. Ich weiß auch nicht, was daran jetzt zu der mega Hype ist, aber das ist eine Variante, was man noch nutzen könnte als wiederverwendbare Flasche. Und um Anfass zu sagen, kannst du natürlich auch noch wiederverwendbare Strohhalme kaufen beziehungsweise einfach gar keine benutzen. Also falls du welche brauchst, dann natürlich wiederverwendbare. Falls du gar keine brauchst, dann einfach weglassen, weil eigentlich ist es dann sowieso unnötig, falls du sie nicht brauchst, dann einfach mit dem Mund ganz normal trinken. Let's go! Ein kurzer Einwand, falls dir das Video bis hierhin gefallen hat, kannst du meinen Kanal sehr gerne abonnieren, denn auf meinem Kanal kommt jeden Donnerstag und Sonntag ein und das Video online zu genau diesen Themen, die ich auch ein bisschen wie ich angesprochen habe. Also abonniere doch sehr gerne den Kanal, um nichts weiteres zu verpassen. Eine Sache, die mir persönlich immer sehr wichtig ist, ist der Konsum von tierischen Produkten. Ich bin nämlich seit der fünften Klasse Vegetarierin und bin jetzt auch seit einem Jahr Veganerin und ich muss sagen, ich glaube, der Verzicht auf Fleisch war eine der besten Entscheidungen in meinem Leben. Und ich kann voll verstehen, wenn Leute am Anfang sagen, es ist super schwierig, ich will es nicht probieren, es ist schwer, aber ich kann euch sagen, es ist nicht so, weil jeder denkt das vorher. Ich hatte es vorher auch gedacht, dass es schwer ist, aber es ist wirklich nicht schwer. Und es würde schon helfen, so einen vegetarischen oder veganen Tag in der Woche zu haben oder irgendwie zu sagen, ich esse morgens nur vegan und dann mittags und abends esse ich dann doch mal ein Stück Fleisch oder so. Aber das Ganze so ein bisschen zu verändern und jeden Tag vielleicht ein bisschen weniger zu konsumieren, ist sehr hilfreich. Oder kann sehr hilfreich sein. Also, ich wusste nicht, dass es eine Sache ist, die jemand nicht macht, aber der nächste Punkt ist, das Wasser auszuschalten, wenn du deine Zähne putzt. Also falls du Zähne putzt, einfach den Wasserhahn wieder zumachen und falls du was wieder brauchst, dann wieder anmachen. Also wirklich sehr einfacher und simpler Tipp und ich hoffe, ihr hört mich gerade, weil es hier so hallt. Der nächste Punkt ist, das Licht auszumachen, falls du es nicht brauchst. Ich muss ehrlich sagen, es regt mich immer so auf, wenn ich in ein Zimmer reinkomme und es lichtet alles und dann kann das drin, das macht nicht meine Familie ganz oft. Und ich bin irgendwie auch so ein bisschen nervig, aber ich sage dann zu den Leuten immer, mach bitte das Licht aus. Und ich bin aber ganz hart, denke ich, und versuche immer darauf zu sagen, dass das Licht immer aus ist. Und der letzte Punkt ist, dieses Video hier zu teilen, um mehr Leute darauf aufmerksam zu machen und mehr Leuten diese kleinen Wege zu zeigen, wie man nachhaltiger, umweltfreundlicher leben kann. Ich hoffe, es konnte dir vielleicht ein bisschen helfen. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass wir uns bald hier mal wiedersehen. Haben noch einen schönen Tag. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020